Es ist spät, nervt mich. Videoprogramm kackt ständig ab, nervt mich. Ahnungslosigkeit, was ich noch reden soll, nervt mich. Ich will eigentlich nur ins Bett, nervt mich. Hm, stinksauer. Ich möchte am liebsten alles an die Wand klatschen, wirklich. Aber trotzdem ziehe ich diesen Wettbewerb durch und drehe ein Video in schlechter Qualität, dunkel, nicht ausgeleuchtet, sinnbildlich für keine Lust, für Videoschnittprogramm, nervt mich. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich will das dann da so einfügen und will das dann angucken und dann stockt das. Was bringt es denn, wenn ich einzelne Sequenzen oben einfüge und mir das Ganze mit Übergängen und Farbdetails, Lautstärke und Glieduntermalung angucken möchte, ob das jetzt alles harmoniert. Und ich sehe nur ein Bild. Ein Bild die ganze Zeit. Aber höre den Ton. Alles nochmal neu. Wieder neu. Alles nochmal neu. Geflucht. Wieder neu. Geduld. Wieder neu. Jetzt keine Lust mehr. Es ist jetzt 23.15 Uhr. Und ich habe einfach keine Lust mehr. Das wollte ich nur sagen. Prost. Gute Nacht. Und ich schneide das noch nicht mal. Nee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.